Hallo Na! Moin Freude, was geht da? Heute mal! Jetzt sind wir aber heute mal ganz wild. Also, ich hoffe wirklich, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dass wir beide jetzt gleich in einem Team sind gegen den Iku Iku DJ. Oh, Autofokus. Chill deine Optik. Ey, mach die Gewinze nicht kaputt. Nein, ich hab nur González. Du hast nur... Okay. Musst du mit ihm befreundet sein? DJ hat die Einladung abgelehnt. Ja, schade. Gut, der Kampf ist vorbei. Sieg! Na, Aufgabe. Hallo Na! Moin Freude, was geht da ab? Oh, ich muss auch annehmen. Zweiter Versuch. So, heute. Jetzt bin ich in der Mitte. Wuuuuh! Gegen... Waiiit? Waiiit? Und DJ. Mit Frank und mir. Aha. So, mal gucken, ob das klappt. Oder... Wer hat grad geschrieben? Sein Internet? Wer hat sein Internet? Dwight? Dwight? Nee, Dwight ist von Walking Dead. Ich leg dir die Regeln fest, Freunde. Ich alleine. Ne? So, wollen wir mal gucken, was wir hier so im Angebot haben. SD-Karte überprüft, so. Ja, was ist denn da jetzt? Äh, Multikampf, normale Regeln, eins bis drei. Ne, wir machen hier. Achso, hm. Doch. Das ist richtig, ne? So. Was war das andere? Ja, ne, es ist immer... Ne? Ihr das erste. Normale Regeln? Ja. Denn wir machen normale Regeln. Mhm. Habe ich auf Sound auch an, Jo? Ja, ich muss Team auswählen. Team auswählen, ja. Mhm. 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 So, wo ist denn mein Team, was ich hier hatte? Ach, guck mal hier. So. Zack. Tadaa. Auf den freu ich mich schon. Den mag ich. Den fühle ich lustig. Wie nen kleinen Turbo-Ball. Ja, möcht' ich mit antreten, ne? So, jetzt bitte mal hier nicht, äh, Probleme oder so. Ne, alles. Ha. Kampfbeginn. Ja. Ja, äh, bis jetzt, äh, bin ich Pokémon-Battle-technisch auf unserem Kanal schwer belastend. Habe ich, äh, 0 zu... Du hast doch einen Sieg. Habe ich einen Sieg? Du hast doch hier gegen White. Whitey Ball. Ja, okay. Ja, okay, stimmt. Ein Sieg. Nochmal so'n... Whiteweight noch auch, sagt er hier, der try harder Whitey. Oh, Mann. Sein Garabas. Mann, ja. Wo ist er noch Press? Wo ist er? Ne? Oder die sprechen sich grad ab. Wie hieß unser Voltensum noch? Wollte-Säule oder so? Wollte-Mont. Der hat ja aber hier, ne? So ist es wirklich aus. Wollte-Mont. Ja. Guck mal hier, hier, äh, schreib mich an. What? Das ist, Freunde, das ist hier schon wieder... Ne, jetzt krieg' ich nur die, äh, hier, schreib mich an. Hier, González, müsste noch mal reconnecten. Wäre das schlimm? Nein. Natürlich nicht. Das kommt alles mit ins Video, White. Das kommt alles mit ins Video, das sag' ich aber. Alles wartet auf White. Alles wartet auf White. Ja, er holt's jetzt, er holt's jetzt, er holt's jetzt ein richtiges Garabas. Ja, genau, das war nur, äh, das Story-Loch-Presse, oder was? Ach, zum Glück können wir alles hatten. Das, das ist aber richtig behindert. Weißt du doch, ne? Warum? Ja, weil sonst war das immer so schön. Was? Ja, mit dem rein, zack, zack geschnittenen... Ja, ich weiß. Das werden wir auch in Rechnung gestellt. War alles kaputt. Ja. Yoda ist auch nicht zufrieden. Oh. Nimm Yoda mal hoch. Oh, jetzt geht's los. Achtung meine Güte. Yoda, du musst wieder platt machen. So. Geht los jetzt? Ja. Also wirklich jetzt? Versuch Nummer drei. So, nochmal hier, White, Frank und DJ. Ich könnte dich auch sperren, sehe ich gerade. White, Frank und DJ. Nee. Das machen wir nicht. Wir wollen jetzt endlich mal kämpfen. So, wer hier, wer hier hat noch nicht angenommen? Hat noch irgendjemand nicht angenommen hier? Doch, doch, doch. Haben alle angenommen? Ja. Oh. Aha. Frank. White. Dwight. Es wird Zeit, das Feierabend ist. So, ich. Mach das. Mach das. Nur, wir machen nur ge-cheatet. Äh. Alle können nur... Mimikrie. So. Äh. Motika. Jetzt hat es dich die Kampfe gelegt. Ja, ich bin hier, jetzt geht's los. Hier, Team auswählen. Team auswählen. Hast du schon Team ausgewählt? Nee, hast du noch nicht. So, hier, mein Super Team. Ich bin fertig. Guck mal. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Mein CD gleich. Wie ist das? Schnippeldiwupp. So, Kampf beginnt. Also, ich bin gespannt, wie das jetzt abläuft. Ja, ich auch. Ich hoffe, also... DJ ist nun fertig. DJ. Also, wer hat... Wo ist das denn da drin? White? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob White noch irgendwie mit 56K Modem hier oder wie es ist. Du, 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 du. Aha! Hau zu telefonieren! Also, ganz ehrlich, wenn er jetzt hier nochmal irgendwas schreiben soll, dann ist aber hier... Dann ist aber Holland in Not. Nee, fertig. Bruder. Dass ich das noch erleben darf. Oh. Bitte leg... Aha! So. Äh. Frank. Und... Franzis. So. Guckt euch die Dudes an. Hm. Und dann noch White. Aka Dwight. Und Ditch. Yay. Und Ditch. Ico, Ico, ey. Ja. Spätfang, ich weiß. Ich bin müde. So. Bitte wähle die Pokémon. Jetzt geht's ab. So, Frank. Ach, du arzt es nicht. Alles klar. Hm. Das ist ja belassen sein Urgroßvater. Wie lange haben wir denn Zeit? Eine Minute. Was brauchen wir? Ja. Dieses Gartschirm richtet mich eigentlich auch schon wieder auf. Mammutay sowieso. Ich weiß auch noch nicht, was Togepeter soll. Der packt auch ein bisschen richtig ab. Da ist noch ein Garadoss. Ist eigentlich auch... Also wir brauchen irgendwas, was... Also ich werde mir die High-Tee lassen mit dabei. Der fette Kloster. Ja, dann nehme ich... Ich nehme Dings... Ich nehme... Hier, wie heißt der? Mein Vogel damit. Mhm. Jetzt... Damit fange ich auch an. Okay. Ne, damit fange ich nicht an. Das mache ich nicht. Du hast erst 35 Sekunden. Ich werde dafür. Ich komme mit Pipi. Pipi. Und soll ich Leckrücker überbringen? Ne, ähm... Du... Kannst du mit irgendwas streaten? Hm... Ja, also... Aufsetzen und dann irgendwas wegklettern? Mit Austausch kann ich auch. Dann machst du das. Dann nehmen wir Austausch. Äh... 17 Sekunden. Und dann nehme ich noch einen Viscogon mit. Und... Physisch... Und mit offensiv Wessel. Und... Ah... Und dann nehme ich noch schnell... Und dann... Hast du Feuer? Hast du Feuer? Ne, komm hier, scheißegal! Der kommt mit! Oh! Ich muss hoffen. Okay drin. Ob das was geworden ist? Ob wir wirklich... Gigi, die stehen. Das sehen wir jetzt gleich. Mal gucken! Hä, Freunde? Was das hier wohl wird jetzt? Ja. Internet ist wieder on point. Aha! Oh! Guck mal, da steht... Ach, DJ hier. Weißt du DJ mit Sonnenbrille? Ja, ja. Ist schon ein Kila, ne? Black and Black. Oh, hier Synchronschwimmen! Da sind sie aber beide in den Rucksack. Aha, gut, komm. Togepi. Loft... Loftress und Togepi. Loftress. Ach, nö. Na? Haben die das gleiche vor? Spotlight und... So. Ach, guck mal, ich hab sogar einen Felswurf. Ist natürlich nice, ne? Ich geh jetzt auf Spotlight. Du gehst auf Spotlight, dann mach ich den Hauswurf. Ja. Alles was jetzt kommt, die treffen dann nur mich. Garados ist physisch. Togepi. Keine Ahnung, was Togepi kennt. Pipi. War schön mit dir, aber deine... Deine grünen Ohren... Die sind geil, ne? So. Sack, mein Ding. Das macht ernsthaft, Metronom? Nee. Ah, Spotlight. Hallo. Und er macht nur ein Gerät. Es ist... Alles klar. Alles klar. Das wird jetzt gleich interessant. Du outspeedest ja irgendwie... Ach doch, vielleicht könntest du outspeeden. Du bist ja plus zwei. Ja, okay. Aber ist Kloister jetzt so... Der Speedkönig? Egal, du machst jetzt noch... Gut, er hat einen Drachentanz drinnen. Du machst jetzt ja nochmal Spotlight. Wahrscheinlich? Geht das zweimal hintereinander? Ja, das geht immer. Spotlight geht immer. Ich hätte was anderes... Ich hätte da schon mal Damage draufdrücken sollen. So, und jetzt ist die Frage. Soll ich... Gut, er wird ja eh wieder Spotlight machen. Du? Ja. Geh auf... Geh auf das. Wenn er Spotlight macht... Ich... Ja komm. Und sonst... Und sonst gehe ich auf Lockfest. Entweder geht er jetzt nochmal auf... auf den Dragondance. Dann haben wir ein Problem. Dann ist... Ja. Alles klar. Das war's. Alles klar. Lost. Werte legen. Werte legen. Werte legen, Freunde. Ein noch. Juhu. So, dann ist das schon mal weg. Ziel erreicht. Ja, ich hab ihn rausgenommen. Mal getroffen. Ei. Aber, äh... Der Schaden wird dann geteilt, ne? Ja, guck mal, gar nichts los hier. Was? Freunde ist gut. Guck mal, die Überreste, die füllen irgendwie auf. So, Kollege. Du hast nicht Dings drauf? Schluck drauf? Nö. Brauchen wir nicht. Nicht so, brauchen wir nicht. Gut. Na, Tera. Gut, den kannst du... Ach, wir müssen eigentlich irgendwas gegen dieses... Lochpresse. 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 So, irgendwie soll ich mal nochmal ein Felswurf auf dem Lochpresse. Mal gucken hier. Außer das Ding hat auch Spotlight. Oh, das wär ja ein richtig räudiges Ding, ne? Ja. Oh, wahrscheinlich. Und dann... Und die fette Sau jetzt. Soll ich mal Wunsch drauf? Ich mach Wunsch drauf. Oh, ja. Das ist gut. Was macht das? Schutsche. Ja, mach. Mach. Ja, ist okay. Felswurf hier. Kläußers. Guck, Outspeedest. Oh. Uiuiuiui. Zwei. Und noch einen Dritten hinterher. Das schmeckt. Oh, Kläußern. Lochpresse. Wer ist Lochpresse? Ja, ey. Ich hab vielleicht hier das Garten aus. Und... Ja, guck mal, der Wunsch drauf. Ja, aber der kommt in der nächste Runde. Ja, du ist okay. Wir haben ihn. Gut, und er kann jetzt keinen Dings mehr machen. Pippi Toyser, Alter. Was ist das für ein geiles Team, ey? Pippi! Eben stand... Waren wir hier doch mit Nasenbluten offscreen. Und er denkt... Oh, was könnte man nehmen? Was könnte man nehmen? Zack, bitte. Oh, Tentangle. Der kann natürlich jetzt ein bisschen Aua machen. Aber kein Problem. Den kennen wir ja nun schon. Ich mach Spotlight. Ah, clever. Aber... Weil der Wunschtraum kommt dir jetzt diese Runde. Voila. Er greift physisch an. Ich hab eigentlich physisch... Bin ich, steh ich gut da. Womit mach... Womit soll ich ihn jetzt hier... Wieso, du gehst mit Steinwurf oder... Feldwurf? Feldwurf da auf hier Haihera. Ah! Auf den Dicken, ne? Ja. Den Dicken müssen wir loswerden, ne? Der speziell. Oder? Schanera ist auch speziell. Ach, stimmt. Wegen sie. Also physisch. Könnte ja. Könnte. Und ich weiß ja nicht, was Tentangle jetzt machen würde. Außer... So. Alles was jetzt kommt. Machst du Pipi gern an. Der kleine Kloße. Der nimmt alles mit. Pipi ist hier so. So, hier. Kläußern hier. Zack. Wirf mal die Steine. Oh. Ja, okay. Ja, aber der Werdeling. Ja, aber. Guck mal, wie der Werdeling hier ist. Aber trotzdem noch ein bisschen was regelt. Eieieiei. Oh. Mach mal 15. Keine Ahnung. Blattgeisel. Pipi. Komm. Ich will was sehen jetzt. Zeig mal her, den Dicken Körper. Jawoll. Und Straub. Oh. Jawoll. Und überreste noch. Kläußer. Alter, der muss aufs Publare, ey. Das Dreamteam hier. Zack. Bede, Mann. Hytera. Du willst mir erzählen hier? Komm her, kriegst du noch einen Felswurf ins gesehen. Hey. Ich muss auf Spotlight gehen. Jetzt nutzt ihr ja nichts. Pipi ist voll der geile Supporter. Ey. Pipi ist hier. Ja, da kriegen White und DJ hierher. Haben jetzt aber, äh. Was nun, oder? Haben sie? Ich denke. Hier. Schlingeln. 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 Ja, zack. Bitte das hier. Kann er sich gleich angucken. Der Sie für und Grüße gehen raus. Guck dir das an. Guck mal. Schottschill. Guck mal, aber. Belassen. Das war zu obvious von dir. Ja, weil manchmal muss man obvious sein, um beim nächsten Mal, um die Ecke zuzuschlecken. Ah. Ne? So, jetzt kommt der Gyro Ball. Das, äh, schafft er. Ja, tut mir aber sehr gut. Ja, aber schafft er. Schafft er. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Wunschtraum rauskriege. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber ist aber kein Problem. Ich hab noch einen Schottschill. Und ich drücke jetzt nochmal Felswurf. Ja. Weil nochmal Schottschill wird bei Hytera nicht klappen. Ja. Also, könnte klappen. Könnte, aber, ich weiß, ne? Unwahrscheinlich. Deswegen machen wir das einfach. Und egal, welche Attacke jetzt noch kommt, wenn eine Blattgeistel kommt, die wird natürlich durchgefahren. Das tut man noch ein bisschen verziehen, aber. Genau. Genau. Pibi, er holt alles rein. Poi, Poi. Pibi ist hier jetzt ein Porno. Supporter 500. Supporter 500. Ja. Nicht Andi 500, sondern Supporter 500. Alles klar, Titel auch geregelt. Supporter 500. Nice. Alles reingebrannt. Pummel, Pipi. Siehste voll. Mit Kloster. Genau so läuft das hier nämlich immer ab. Ja. Irgendjemand hat eine bescheuerte Idee. Ja. Zack. Titel steht. Was machen die denn jetzt? Gehen die auf oder was? Ich denke auch, das wird gegen die Quitten bleiben. Echt? Also, aber würde ich auch machen. Wenn ich sehe, wie ein Kläußer. Ach du Scheiße. Nichts hier mit Loch Press hier, sondern Kläußers. Der muss noch mal einen schönen Namen eigentlich von mir kriegen. Google oder so. Pibi. Ne? Nicht nur dein Kläußer. Ja. Okay. Pibi Kläußer. Regeschlagen. Zack. Also. Ich mach's schon, ne? Ich mach's schon. Kläußer. 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 Das zeigst jetzt noch mal. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn da? Der Geyro Boy. Ja, gut. Ja. Aber ist okay. Der kann das ab. Der Kläußer, der ist da mal ausgebaut. Der kann das. Der Kläußer, der ist da mal ausgebaut. was denn näher versucht auch hier das event oder oder kurz ich könnte jetzt noch gewalt drücken aber du hast auch mal ich habe ich habe ein spiel spotlight alles klar bekämpfen noch gegen white tempo keine art musst du jetzt gleich noch mal doch noch mal ein pokémon einsetzen das auf jeden fall alles klar er ist viel effektiv oder nicht ich habe noch vier über quasi die ist jetzt auch weg ich glaube nichts aber ich hätte nichts gegen stahl weil ich bin absolut impress gegen von kloyser gegen stahl ja auch das habt ihr hast im angebot wasser da ist er doch guck ich dir an langer weg so muss ich hier direkt ein press raus drücken schade schade dass ich bin nicht fließen kann dass wir noch mal richtig lustig du uns bietest mich jetzt auch schon der regelt hier der kloyser ist hier der macht auf die klappe oder um krepp alles klar gläuchter 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 ein halter auch vielleicht das wäre locker ich auch der hängers machen können schwer aufs schwert kann es drücken ja alter frank wir sind zu zweit sehr effektiv ich sage geil schmackhaft muss ich sagen sollte gleich sagen was kommt da kommt gleich himmelsfeger oder oder 40 step meint du ja oder sind wir durch ne einer muss noch einer hat er noch dj hat noch nen knack krack gar schon bruder ne white hat den ne dj dj klassen kann er sagt ja der kann er was soll denn noch abkönnen mit alles 46 ja einfach mal was er noch alles gut also der und die haben aber ich glaube jedes jedes andere bequete auch nicht gut das stimmt also das hat schon gut funktioniert aber aber kläuter kann noch viel aber genau die gleiche strategie wie wir war drüben auch hallo ist wohl was macht der denn jetzt dj komm überlegt der steinhagel musst du jetzt hier noch was auflegen oder was hier los ne steinhagel überlegt er gerade oder wünscht er sich hätte ich gern ja da kommt der eisbeer na dann brauche ich nicht mehr mal ja ich weiß nicht warum ist kläuter nicht im uber ich verstehe es gar nicht alter ich hätte gern was gemacht du hast was gemacht ja nur pipi boom freunde 5-0 5-0 zweiter online-kampf mit dir zweiter sieg ja zweiter online-kampf würde ich jetzt nicht so behaupten ja du weißt was ich mag ja aber wir werden jetzt oder wollen öfter diese multi kämpfe machen weil ist auf jeden fall schmackhaft ne also sucht euch einen freund bro geht raus auf die straße holt euch einen ran und sagt mensch González und Clint die wollen so wirst du ja auch deswegen halt die haare na so weh Freunde bis zum nächsten mal ciao los t a t bei son im